Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zum Unboxing. Einmal, wir machen jetzt beide mit einem Mal für Xbox, das ist Xbox und das ist denke ich mal Playstation, dem werden wir im Hardwarecheck Video auf den Grund gehen, wo was ist. So, habe ich abgezogen, jetzt einfach auf, also wenn das nicht geil ist. Die sind aber schön, die sind schön und jetzt sind die für die Xbox. So, machen wir gleich wieder zu, da sind halt, mache ich sie zu ohne euch zu sagen, wie viele da drin sind. Ich habe vergessen die Kamera zu drehen, aber ich habe hier nur abgezogen und dann kann man hier wieder schön aufmachen und dann haben wir hier drinnen zwei, ach so, das sind verschiedene, so, dann haben wir dazu noch die passenden kleinen, dazu die passenden großen. So, also haben wir hier im Prinzip zwei, vier, sechs, acht Stück. Aber das werden wir dann im Hardwarevideo ganz genau angucken, was das für welche sind. Ich packe die mal schnell wieder weg, weil ist ja nur ein Unboxingvideo, wir wollen ja nicht auf die Hardware eingehen. So, und dann packen wir das hier noch aus, das bräuchte ich nicht abruppen, das geht auch so oft. Und zwar vor PS4, ne vor P4, also ich denke mal die meinen PS4, weil hier steht XB1 und hier 4Grips, 4Grips, 4Grips. Jetzt gucken wir mal was hier mit schöner drin ist. So, hier haben wir auch die mit dem Stern, die ohne Stern, die ohne. Das sind aber so an sich optisch, ehrlich gesagt, ich finde keinen Unterschied. So, und das war auch wieder zwei, vier, sechs, acht Stück. Die werde ich jetzt aber auch gleich mal wieder hier hinein tun und für das Hardwarevideo vorbereiten. Lassen wir einfach mal so liegen und dann machen wir natürlich den Hardwarecheck und ziehen das mal drauf. Und im Hardwarevideo werde ich mal gucken, wo da der Unterschied zwischen PS4 und Xbox-Dingern ist, weil ich sehe da eigentlich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Die sehen sehr gleich aus. Man kann ja auch die Triggers von, Triggers genau, Thump Grip, Thump Trigger, keine Ahnung. Kann man ja auch von der Xbox in eine Playstation 4 einbauen, das ist ja auch kein Problem. Also da bin ich jetzt mal echt gespannt. So, wenn ihr auch so gespannt seid, dann bleibt einfach am Ball. Wenn ihr euch dann captions relationships, gleich anschauen, nach dem constantly drauf, so 14, 15, 25, 26, 24, 26.